moin leute geno games am start heute mit einem neuen video auf meinem kanal und willkommen zu der ersten folge von gangbeats ja leute ich konnte mir das spiel von einem kosache und ja ich würde sagen wir fangen gleich an ich habe das spiel ewig nicht mehr gespielen ich weiß nicht wie krank ich diese schmink zur zeit in der feier Wir spielen jetzt Wellen? Ah ja. Ja Leute, wir chillen hier in der U-Bahn. Ich bin Mr. Chicken. Lasst mich in Ruhe. Ich bin Mr. Chicken. Ich bin Chicken Wings. Nein! Egal Leute, ich hab einen mit in den Tod gerissen. Intensiert. Ich bin ein YouTuber. Nicht mehr! Ich bin ein Produkt. Ja, das muss ich nicht. Ich bin ein bisschen besser, die muss ich nicht. Soll ich sie? Julius, ich bin ein etwas, das ist das zu. Aber ich bin ein bisschen besser. Hier, Mr. Chickenwing is back. Komm her, komm. Ah, nein! Ja, frisst Chickenwings, aber nicht mich. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Was? Fast alle meine T-Packen da sterben. Wow! Leute, Gangwings geht gerade richtig ab. Ja, bleib da unten! Ihr müsst sterben. Oh, Welle 1 ist gemacht. Wow, da ist die Welle. Lass mich in Ruhe! Nee! Tja! Stirb! Aber nicht mit mir! Leute, ich bin ein Hühnchen! Das ist der Wahnsinn! Alter, wir versuchen ihn bereits. Leute, wie noch mal was? Nein! 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 Ich sterbe nicht! Ich gehe nicht drauf! Nein! So viel dazu, ich sterbe nicht! Egal! Mr. Chickenwing ist sicherlich wieder da. Mr. Chicken! Hier ist der Mr. Chicken! Hier ist der Mr. Chicken! Deutschland! Was? 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 Ich bin der Mr. Chicken! Oh, nein! 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 Officer Chicken! 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 Er hat es selber gemacht. Pst! Ja, neben meinem kleinen Bruder und meine Cousine sind da. Egal, Officer Chicken hat jemanden in den Tod genommen. Officer Chicken! Ah, Chicken hat ein Epic Games. Und Welle 4 ist fertig. So Leute, Wellen haben wir gemacht. Ähm, was machen wir jetzt? Ich mache gerade gar nicht mehr das Karpelspiel. Ja, Tja, wir lassen es einfach. Komm, gib Karten! Ja, mein kleiner Bruder spielt ein Spiel. Nein. Ja, Leute. Ähm. Ja, er spielt so ein Kartenspiel. So, online. So, online. Okay, Leute. Ähm. Da stimmt was nicht. Ich will keine Welt. Mal kann gehen. Genau. Hier, es gibt 8 Wins. Ähm. Wir haben jetzt noch den Ball. Ja. Es gibt 19 Wins. Da ist es noch nicht. Ja, das ist noch nicht. Wir haben die Taunen, die müsste weg sein. Ja, das ist noch nicht. Ja, es gibt zwei Wins. Ja, ja, ja. Was? Ich glaube, es ist ein lokales Game. Auf die Hände, aber kein Ende. Gute. Let's go! Mal sehen, ob ich jetzt alleine bin oder mit anderem Spiel. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr genau so. Also, ob ich jetzt alleine bin? Du wolltest ja eine Runde aufschauen, oder? Ja, ich bin alleine, aber was mach ich jetzt? Genau, ich bring mich um! Yeah! Fallschirm! Hm, was mach ich denn jetzt? Egal, ich verende einfach mal wieder das Game. Leute, ähm, wir spielen nochmal eine Runde Welle. Ja, Leute, dann gehen wir jetzt weiter. Ja, das ist so. Ja. Ja, Leute, dann gehen wir jetzt wieder in den anderen. Wir können hier mal weiter an. Weiter! Vielleicht auch das ist auch ein Schwachbonat oder ein Schwachbonat? Deutschland! Jaaaannn! Nicht heute. Oder vielleicht. Vielleicht. Was macht der? Nein, ich bin K.O. Ich bin K.O. Hallo, könnt ihr mal bitte leise sein? Ja, ist mir egal. Oh Leute! Nein! 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 Hey, wo bin ich? Ich nehme euch beide mit! Nein! Ich habe mich selbst erledigt. Egal, ich habe einen mitgemacht. Nein! Nein! Genau! Gib ihn auf der Kopf! So! Rechts! Nichts! Jetzt habe ich ihn runter! Schnell! Tschüss! Nichts! Es ist nicht! Oh! Alina! Hier! Oh nein! Komm! Mr. Pinguin! Komm schon! Du bist mein Vogelbruder! Komm schon, Mr. Pinguin! Du bist mein Bruder! Hau ihn! Gib ihn! Genau! Yeah! Jetzt hau ihn runter! Also wenn er jetzt stirbt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja! 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 Nein! Oh, nein! Widerbeleben! Oh, nein! Deutschland! Deutschland! Oh nein! Jetzt kommen Mutanten! Egal! Die werden gemacht, man! Ich habe einen! Ich habe einen! Warum? Oh man! Kerl! Leg runter! Wann muss ich dich erst vermöbeln? Vermöbeln ja. Wenn er vermöbelt ist. Nein, er hat mich K.O. gerannt! Lass mich in Ruhe, sonst gibt's Deutschland! Oida! Ich und der Pinguin sind volles gute Tag Team. Und jetzt? Deutschland! Deutschland! Nein! Mein verkrüppelter Bruder! Oh nein! Sie haben meinen Bruder gekillt! Dafür werdet ihr böse, ihr kleinen Idioten! Nein, nein, nein! Nein! Oh! Alina, du kannst deine Mutter zu sein! Zeit! Hör auf zu schreien! Ich mach hier ein Youtube Video! Oh! Game Over! Euer Ernst! Schreibt mir in die Kommentare, ist es ihr Ernst? Ja oder nein? Hm! Okay Leute! Dann würde ich sagen, war's das mit dem Video! Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat! Dann würde ich sagen, folgt mir auf Instagram, Tino1337L und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschau! Oh nein! L Downloads dann zurück!